Ed Sheeran deutet auf ein neues Projekt im Herbst hin. Fans spekulieren über ein mögliches neues Album, nachdem er in Minneapolis drei neue Songs präsentierte. Ed Sheeran. Steht das neue Album bereits vor der Tür? Vor drei Monaten hatte das Warten endlich ein Ende, denn Ed Sheerans Album, Subtrakt, erschien im Mai auf dem Markt. Es ist der Abschluss seiner nach mathematischen Zeichen benannten Album-Reihe. Sofort ist die Platte in sämlichen Ländern auf Platz 1 der Album-Charts geschossen. Zwei Jahre hatte es gedauert, bis der britische Singer-Songwriter wieder ein Album auf den Markt gebracht hat. Schon in der Vergangenheit hat sich Sheeran an diesen Release-Rhythmus gehalten. Doch bricht er nun mit dieser Tradition? Wie die Daily Mail kürzlich berichtete, präsentierte er in Minneapolis drei neue Songs. Er machte gleichzeitig eine geheimnisvolle Andeutung und sagte die Songs seien eine gute Playlist für den Herbst. Weiter fügte er hinzu. Der Herbst kommt bald, wir sehen uns bald. Bedeutet das etwa, die Fans können sich im Herbst vielleicht auf ein neues Album freuen? Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sänger den Herbst erwähnt. Ed Sheeran. Es gibt noch weitere Hinweise auf Projekt im Herbst. In Minneapolis machte Ed Sheeran deutlich, dass ein neues Projekt im Herbst ansteht. Um was es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt. Vielleicht dürfen wir uns ja über ein neues Album freuen. Die Anspielungen auf den Herbst bei seinem Konzert in den USA waren übrigens nicht die einzigen. Auf Instagram postete der Sänger kürzlich ein Video, in dem er eine Lego-Version von sich in die Kamera hält. Auf dem Shirt des Lego-Männchen steht ebenfalls geschrieben. Autumn is coming. Z. Deutsche. Der Herbst kommt. Zusätzlich hat Ed eine Eichel als WhatsApp-Profilbild. Ziemlich verdächtigt diese ganzen Anspielungen auf den Herbst.